Dieses Video richtet sich vor allem an Lehrer, die schnell und einfach Videos fürs Homeschooling erstellen möchten. Ich denke aber jeder der beginnt sich mit Videobearbeitung zu befassen, wird das hier Vorgestellte nützlich finden. DaVinci Resolve ist eine kostenlose Software für macOS, Windows und Linux und damit für so ziemlich jeden zugänglich und bedenkenlos weiter zu empfehlen. Das Programm ist zwar auf Englisch, aber ich denke mit dieser Anleitung wird jeder zurecht kommen. Ich versuche so kurz und knapp wie möglich zu zeigen, wie ihr auf der sogenannten Cut-Page von DaVinci Resolve Dateien importieren, zusammenschneiden und bearbeiten könnt. Außerdem zeige ich euch, wie ihr Titel und Grafiken einfügen könnt. Zur einfachen Navigation findet ihr in der Beschreibung unter dem Video ein Inhaltsverzeichnis. Download und Installation Die Webseite zum Herunterladen von DaVinci Resolve ist in der Beschreibung verlinkt. Klickt auf Herunterladen, dann findet ihr auf der linken Seite die kostenlose Version von DaVinci Resolve 16. Wählt euer Betriebssystem aus, gebt eure Kontaktdaten ein und dann könnt ihr das Programm herunterladen. Man bekommt übrigens nur selten Werbung, also alles nicht weiter schlimm. Die Installation läuft wie bei jedem anderen Programm auch ab und bedarf hoffentlich keiner weiteren Erklärung. Videos übertragen Für eure Videodateien wählt ihr am besten einen zentralen Ort auf eurem Computer aus. Dort legt ihr bei jedem neuen Projekt einen neuen Ordner an. Unser Ordner heißt Rhythmussprache. Dort kopieren wir nun alle Dateien, die wir benötigen, hinein und erstellen außerdem einen Ordner Export, in dem später unsere fertigen Videos landen werden. Project Manager Wenn ihr DaVinci Resolve gestartet habt, seht ihr den Project Manager. Hier habt ihr Zugriff auf eure Datenbank, die natürlich noch leer ist. Datenbanken werden von DaVinci Resolve automatisch verwaltet. Eure Videodateien bleiben also dort auf der Festplatte, wo ihr sie gespeichert habt. Das scheint vielleicht selbstverständlich, aber es gibt auch Schnittprogramme, die jede Videodatei an einen neuen Ort kopieren, also selbst verwalten. Umso wichtiger, wie vorhin schon erwähnt, dass ihr eure Daten selbst vernünftig ordnet. Ihr könnt hier entweder mit New Project, wie der Name schon sagt, ein neues Projekt erstellen oder zum Öffnen auf eines doppelt klicken. Kurz etwas zur Philosophie am Rande. Man kann entweder alle seine Videos in einem Projekt bearbeiten, für jedes Video ein eigenes Projekt erstellen oder eine Mischung aus beiden. Ich mache das gern thematisch, zum Beispiel ein Projekt für Kunstvideos, ein Projekt für Rhythmussprache, ein Projekt für EMP und dort landen dann alle Videodateien für das Projekt, egal wie viele fertige Videos daraus werden. Erstellen wir nun ein neues Projekt. Wir geben ihm einen Namen und landen automatisch auf der sogenannten Cut-Page. DaVinci Resolve ist unheimlich komplex. Man kann damit nicht nur Videos schneiden, es kann auch zur Animation genutzt werden, bietet umfassende Tools zur farblichen Bearbeitung, ähnlich eines Fotoprogramms und man hat sogar umfassende Möglichkeiten zur Audiobearbeitung. Eierlegende Wollmilchsau sozusagen. Jedenfalls, alles was an diesem Programm so komplex ist, wird auf dieser Cut-Page ausgeblendet, beziehungsweise auf das Wesentliche reduziert. Wichtig sind für uns die Medien, die finden wir hier oben im Media Pool, die Titel, die finden wir hier drüben, vielleicht noch Effekte. Das hier ist unser Viewer, dort sehen wir immer das aktuelle Video dargestellt und hier unten befindet sich die Timeline, auf der wir schneiden werden. Daten importieren. Daten importiert ihr ganz einfach per Drag & Drop in den Media Pool. Stellt sicher, dass ihr den Media Pool hier oben ausgewählt habt, markiert alle Dateien, die ihr importieren wollt und zieht sie rüber in das Programm DaVinci Resolve. Bei dieser Meldung klickt ihr stets auf Change und dann sind alle Daten importiert. Zur Sortierung könnt ihr je nach Umfang eures Projektes auch Ordner erstellen. Das geht hier mit Rechtsklick Add Bin. Diese haben nichts mit den Ordnern auf eurer Festplatte zu tun und dienen lediglich einer besseren Orientierung. Add Bin und dann könnt ihr zum Beispiel einen Ordner für Videos erstellen, einen Ordner für Audios erstellen, einen Ordner für Grafiken erstellen. Oder wenn ihr mehrere Videos in eurem Projekt erstellen wollt, könnt ihr sie auch thematisch benennen, zum Beispiel Einführung, dann alle Videos dort reinkopieren und so weiter. Für unser Projekt brauchen wir das jedoch nicht. Timeline erstellen. Timelines sind das Kernstück des Programms. Die erste Timeline könnt ihr ganz einfach durch Drag & Drop der ersten Videodatei in die Timeline erstellen. Wollt ihr weitere Videos im selben Projekt erstellen, könnt ihr das mit einem Rechtsklick im Media Pool Create New Timeline. Zum Abspielen und Stoppen könnt ihr ganz einfach die Leertaste benutzen. Manchmal ist es hilfreich, wenn beim Stoppen der Cursor zurück zum letzten Startpunkt springt. Das findet ihr hier oben im Playback-Menü unter Stop and Go to Last Position. Alternativ könnt ihr den Shortcut Option K unter Mac bzw. Alt K unter Windows verwenden. Ist diese Option markiert, könnt ihr nun das Video wieder starten und beim Stoppen springt er zur eigentlichen Position zurück. Das kann besonders hilfreich sein, wenn man an einer bestimmten Stelle arbeitet, einen genauen Schnitt setzen möchte und sich die Stelle immer wieder anguckt. Jetzt können wir das erste Mal speichern. Entweder unter File, Save Project oder mit Command S bzw. Steuerung S unter Windows. Ich möchte euch dringend empfehlen, euch anzugewöhnen, regelmäßig mit diesem Shortcut zu speichern. Er funktioniert übrigens in so ziemlich jedem Programm, nicht nur in DaVinci Resolve. Schneiden Zum Anlegen eures Videos gibt es verschiedene Wege. Wir haben bereits eine komplette Datei hinzugefügt und sehen zwei Ansichten davon. Die obere ist die Übersicht, auf der man schnell navigieren kann. Die untere eine Detailansicht, auf der man präziser schneiden kann. Fassen wir den Clip links oder rechts an, ändert sich unser Cursor und wir können die Datei kürzen oder auch wieder verlängern. In der Mitte kann man den Clip innerhalb seiner aktuellen Grenzen bewegen. Das kann manchmal sehr hilfreich sein. Ein richtig toller Trick ist allerdings das Vorschneiden. Damit lässt sich, wie ihr gleich sehen werdet, unheimlich schnell arbeiten. Ihr klickt dazu doppelt auf eine Quelldatei. Diese öffnet sich hier drüben im Viewer inklusive einer Wellenform. Das ist der Ton. Überall dort, wo ihr viel Aktivität seht, ist der Ton laut. Also wurde dort höchstwahrscheinlich gesprochen oder es wurden Geräusche gemacht. Klickt und zieht durch das Video, dann seht ihr sofort im Viewer, wie das Video dort aussieht. Mit der Taste I können wir nun einen Startpunkt festlegen. Mit der Taste O auf der Tastatur einen Endpunkt. Wenn ihr nun das Video von oben in die Timeline zieht, erhaltet ihr genau den Ausschnitt, den ihr hier oben ausgewählt habt. Wir löschen nun die Timeline und dann setze ich ein paar schnelle Schnitte, damit ihr seht, wie das funktioniert, wenn man sich gut eingearbeitet hat. Video doppelt klicken, Stelle auswählen, I, O, in die Timeline ziehen. Nächstes Video, Stelle auswählen, I, O, reinziehen. Nächstes Video, I, O, reinziehen. Und dann können wir unseren Schnitt schon abspielen. Übrigens mit der Schere, die ihr hier drüben findet, könnt ihr Clips in der Timeline einfach zerteilen und dann die Bestandteile des Clips unabhängig voneinander bearbeiten. Übergänge Meistens benötigt ihr keine Übergänge. Sie wirken auf den ersten Blick immer sehr effektvoll, erweisen sich jedoch meist als unnötig und störend. Ein harter Schnitt ist meistens die beste Wahl. Ihr könntet damit aber zum Beispiel Bereiche abgrenzen, ähnlich wie Absätze in einem Buch. Der Dissolve-Button, den ihr hier findet, sorgt für eine Überblendung. Wenn ihr diese nun anklickt, könnt ihr sie hier oben verlängern oder verkürzen. Transformieren Wählt in eurer Timeline einen Clip aus und klickt links unter dem Viewer auf diesen Button. Jetzt bekommt ihr eine ganze Reihe von neuen Tools zur Auswahl. Das erste ist Transformieren. Hier könnt ihr zoomen oder euren Clip verschieben. Dazu klickt und haltet ihr einfach im entsprechenden Feld und zieht mit der Maus hin und her. Beschneiden Das zweite Feld ist das sogenannte Crop-Tool. Damit könnt ihr den Clip links, rechts, oben und unten beschneiden und ihm einen weichen Rand hinzufügen. Beschneiden ist insbesondere spannend, wenn ihr mehr als ein Video anzeigen möchtet. Ihr legt sie dazu auf der Timeline übereinander. Das obere Video nimmt zunächst den kompletten Bildschirm vollständig ein. Wenn wir es aber nun kleinzoomen oder beschneiden, entdecken wir, dass das Video darunter noch da ist. So lassen sich mehrere Aktivitäten gleichzeitig darstellen. Falls ihr das jemals braucht, so geht's. Titel Mit dem Title-Tab könnt ihr einfach Text in eurem Video einblenden. Entweder legt ihr den Text über das Video, dann bleibt das Originalvideo erhalten und der Text wird überlagert. Oder ihr setzt ihn zwischen die Clips, dann steht er allein. Markiert nun euren Titel-Clip und öffnet wieder die Tools des Viewers. Ihr könnt den Text ganz genau wie Videoclips transformieren und an die gewünschte Position bringen. Ganz rechts findet ihr aber auch ein neues Tool für Text. Klickt darauf und öffnet den Inspektor. Hier könnt ihr Schriftform, Farbe und Größe einstellen. Sogar Schatten und eine Hintergrundfarbe sind in greifbarer Nähe. Musik Musik könnt ihr ganz einfach am unteren Rand der Timeline platzieren. Ich möchte euch jedoch bitten, die Notwendigkeit immer gut abzuwägen. Wenn im Video nicht viel erzählt wird, sondern mehr gezeigt wird, hält Musik die Spannung hoch. Wenn jedoch gesprochen wird bzw. ausführlich erklärt wird, kann es schnell störend sein. Natürlich könnt ihr sie auch verschieben und kürzen und so nur an bestimmten Stellen eures Videos einsetzen. Lautstärke anpassen Die Lautstärke der Clips und Musikdateien findet ihr bei den Viewer Tools unter diesem roten Symbol. Hier habt ihr einen Regler zum leiser und lauter machen und könnt so sicherstellen, dass alles gut zu hören ist. Soll ein Clip gar nicht zu hören sein, macht ihr das mit einem Rechtsklick auf den Clip und wählt Mute aus. Dann ist er fortan stumm. Tempo ändern Ganz in der Nähe des Lautstärketools findet ihr das Speed-Tool. Hier könnt ihr ganz einfach euer Video beschleunigen oder verlangsamen, denn niemand will sehen, wie ihr 5 Minuten lang etwas zerschneidet. Aber wenn es ganz schnell geht, dann kann das ganz witzig sein und die Situation ein bisschen auflockern. Grafiken importieren Als nächstes importieren wir eine Bilddatei. Ihr werft sie wie gewohnt auf die Timeline und passt die Länge an. Gegebenenfalls könnt ihr sie wieder transformieren und beschneiden und manchmal ist das alles, was ihr überhaupt tun wollt. Ihr könnt aber auch etwas Bewegung reinbringen. Dynamic Zoom Dazu wählen wir dieses Tool im Viewer aus. Jetzt sehen wir ein grünes und ein rotes Kästchen. Das rote Kästchen legt den Startpunkt unseres Videos fest und das grüne Kästchen den Endpunkt. Wenn wir jetzt das Video abspielen, sehen wir, wie das Bild sich von A nach B bewegt. Das geht übrigens nicht nur mit Bildern, sondern auch mit Videos. Exportieren Ist alles fertig, klickt ihr rechts oben auf Quick Export, lasst die Standardeinstellung aktiviert, drückt auf Export, wählt den Exportordner aus, den wir ganz am Anfang des Videos erstellt haben, gebt dem Video einen sinnvollen Namen und drückt auf Speichern. Das war's. Diese Datei könnt ihr nun zum Beispiel bei YouTube hochladen oder auf andere Weise an eure Schüler verteilen. Das war jetzt sicher erstmal alles erschlagend, aber ich glaube, wenn ihr zwei, drei Videos auf diese Weise gemacht habt, habt ihr den Dreh schnell raus und werdet flink genug sein, vernünftig damit arbeiten zu können. Wenn ihr Fragen habt, hinterlasst doch bitte einfach einen Kommentar. Bis bald!